Das war's für heute. Hm. Oh. Von wo denn? Warte mal. Kloppte. Was will er? Tja. Jetzt überlegst du. Trottel. Jetzt überlegt der Kollege. Wie komm ich jetzt da runter? Ich weiß es nicht. Okay. So, Kollege. Jetzt hast du blöd geguckt, wa? Also das. Ach, fick dich. Das. 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 Was denn nun? Hör auf, Junge. Da wären wir, die Kirche. Hm. Hör wo jetzt denn hier lang? Hehehehe. Ist der Händler hier? Oh. Ah, sieh. weg. Und rein. weg. weg. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Jetzt hier zum Bingo. Hast du gewusst, dass wenn man festen Naturtofu in ganz kleine Stücke schneidet und ihn dann einfach wegwirft und ihn doch köstliche Chicken Wings ersetzt, dass es einfach viel besser schmeckt? Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Wir haben Luis' Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Mendes' Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Genau. Gucke mal auf deine Weltkarte, Alter. Ja, vielleicht sollte ich mich mal in England umsehen. So, ich kann jetzt hier hoch und ich kann aber auch da rin. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich gucke mich erst mal hier oben. Gut, das hat sich erledigt. Gucke mal hier hoch. Was ist denn jetzt? Ach so. Stimmt, die ist ja auch noch hier. Ah, gucke da. Eine Brille, Alter. Was soll... Hä? Lässt dich sicher verkaufen. Oh, Junge. Ist ja völlig verranzt, Alter. Oh, wie viel kommt denn hier noch? Sind die alle blind? Oder warum laufen die so langsam? Ach, jetzt steht er da, oder was? Ja, was... Hä? Äh... Hm. Hm. Hey, Fremde. Was kann ich jagen? Interessanter Ort beim Geschäft. Fremder. Tja, und interessante Ware. Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein Umfeld willkommen. Oh, sieh dich einer an. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren können. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt wartest du erst mal. Jetzt machen wir erst mal die Geschäfte. Amut. Komm. Amut. Guck dich das Ding an. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Das ist, was ich derzeit habe. Gehört dir, Fremde? Junge, sind schon wohl ein paar Waffen, Alter. Das ist schon wohl absolut geisteskrank. Wie für mich gemacht. Genau, so sieht's aus. Bei Leo hast du die Scheißwaffen angeboten. Und die Olle kriegt die Judenkram hier. Naja. Das denke ich. Ja, damit. TMP. Naja, komm, nehmen wir auch noch mit. Mensch. Wir nehmen einfach alles mit dir, was geht. Gibt's noch was hier? Äh. Äh. Der Maul. Richtig, gell? Osmund, Junge. Okay. Junge, er liegt jetzt aber voll in die Lumpen rum, Alter. Oh, Junge, was wollt das? Hm. So leicht gibst du nicht auch, was? Oh. Oh. Alter. Boah. Oh, Junge, der hat hier voll abgeschnitzelt. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was hier auf Hase ist, Alter. 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 Was ist denn das für ein Scheißdreck? Mensch, hör auf zu Spinnen. Ey. Hm. Tö. Boah, ist der lästig, Alter. Ganz ehrlich. Naja, und? Endlich, Alter. Oh. Die Waffe, die habe ich doch in Aufbewahrung geschickt, Alter. Ach so. Zuhause, Penner, Alter. Was ist denn los? Okay, weiter zum Mendes Haus. Junge. Hauptsache, er lässt mich erst mal alles leer schießen hier, Alter. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Ah, was ist denn los mit dir, Alter? Als ob die Dorfbewohner hier so ein Scheißdreck. Parfümen. Dingsbums haben wir. Wir sehen alle aus wie Scheißer, wir schnuppern. Gut. Oh, mein Gott. Dingsbums haben wir. Oh, mein Gott ist das. Oh, mein Gott ist das. Oh, mein Gott ist das. Ja. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut? Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Die Gabe in meinem Blut hat die Gabe angenommen. Junge. Blöder Wichser. Was hat sich in die Jacke gekrallt? Ja, bestimmt der Raketenwerfer für 80.000. Das ist ja kein Problem. Okay. Es gibt Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Eine interessante Wahl. Gute Entscheidung. Hat was. Was hat sie denn? Netzhaut integrierte Abfahrersystem. Alter. Müssen voneinander sein. Was ist denn jetzt? Tracking-Mode, Alter. Macht er denn hier? Komm, wo biss sich? Oder Wichser. Oh! Oh! Was war jetzt? Ach, da ist die Jacke, oder was? Warte, kannst du erst nochmal ausmachen hier, dein Tracking-Mod, Alter. Hier, ganz zusammen. Nice. Talisman-Striker. Beim Rennen um 8%. Oh, Junge, das Ding brauche ich. 100.000, was ist denn da nicht richtig? Ist ja nicht, dass der da rumkauft hier, Alter. Oh, eine Armbrust, Junge. Oh, Alter, wie viel Platz braucht die denn? Scheiße. Krass. Hier muss es sein. Was ist jetzt? Das kommt wohl auch der andere Typ, oder was? Ist sie mit dir? Ach so. Tja, und jetzt hilft dich hier dein komisches, interaktives Ohre ohne Schmör, oder was? Die sind von Luis. Ja, nun. Ach so. Was ist das? Kaffee, oder was? Ne, Mann. Kippen. Lull. Steht die Nummer drauf, oder was? Was soll das für eine Frequenz? Ach so. Ada? Ich wusste, du findest mich. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus. Etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sag mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Was ist jetzt? Ja. Na klar. Ja, geht im Ding. Ja. Alter, jetzt sieht's so gut. Genau, gucken wir auf deine Weltkarte, Alter. Ah, was ist denn los mit dir, Alter?